Ich hab das Handy am Ohr, Bruder, ich mach die Haram-Es In meiner Gegend, grüß mal mit Salam Alek Richter stellt Fragen auf Bolchons Ache Ich bin Mechtrasse als TomTom Navis Ja man, aber besser ist auch aus den Sachen rauszuhalten Wir amüsen uns mal da dran Äh, ich check später ab Für die Leute, die unterstützt haben Ich vergesse euch nicht, ich küsse eure Herzen Wir gehen rein in Jambroke Alkohol ist der Teufel Live aus Mexiko Ich will nicht wissen, was er da gemacht hat Weil wenn ich den Titel lese, denke ich, der war so besoffener Ampou Wir schauen rein DelarueTV auf Twitch Wir knacken fast die 100k Kommt rein, lasst ein bisschen Liebe da Follow da lassen, kostet nichts Ich küsse eure Herzen, erster Link in der Bio Jan, du tust dich? Jan, du tust dich? Ja, 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 du tust dich? Jan, du tust dich? Ja, du tust dich? Ja, du tust dich? Kat Masters, in Mexiko Krass Ja, ich weiß kein Bodo tube Aber relativ schmeckt nicht mal, ja? Ich seine, ich mach gleich das Teller kaputt Bro, weißt du, wie man es bearbeitet hat? Das Teller, ja? Ich dir nicht am liebsten Es geht nicht Sch suggestions Was hat er mit den Namen gemacht, Bruder? ài das ist nicht vielleicht ach so also ich habe nur gedacht es gibt keine ahnung vielleicht gibt es ja auch ihr wisst ja gar nicht also braucht ihr nicht zur beurteilung das war der schlimmste moment digga was ist das für ein schweiß beim scheißen digga warum schwitzt er so der bruder warum schwitzt er so bruder bei ihr hier hat er noch nicht geschwitzt der hat hier noch nicht geschwitzt doch bisschen bisschen weil er so sehe ich aus wenn ich duschen war was hat er da gekackt bruder bestimmt wegen mexiko das ist scharf die essen viel scharf da es ist anders ich trinke wieder sehr sehr schöne katz also das muss man denen lassen die machen sehr 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 schöne katz wir sind gerade im sechzehnten stock was passiert hier zu satans hölle digga unglaublich schön unglaublich schön der jungs die mussten kommen ich habe so vermissung vermissung ich vermisse ich vermisse und ihn macht bitte wochen egal was ihr macht aber kommt jetzt geht es nicht so gut jetzt geht es nicht so gut hinter mir läuft gerade ein thumpnay vorbei habt ihr gesehen dieses thumpnay Ich liebe dich, Gameboy! Gameboy? Es ist Kamera! Das ist ein Gameboy! Komm her, komm her! Ich schick ihn uns ein Gameboy, Digga! Say hello to my Gameboy! Saludito! Ich grüße meinen Vater! Ja! Vater! Ilan Amca! Also, ich bin von Turki! Türki, ja! Türki, ja! Masinas, Masinas, Masinas! Masinas! Wow! Digga! Hey! Los! Los! Tu es! Ich treffe nichts! What's this? No cameras? Why not? Freunde, ich weiß nicht, was abgeht. Ich musste die Kamera irgendwie nehmen. Ich weiß nicht, was es sein soll. Aber... Dieser Habibi! Bruder, wollt ihr mich verarschen, Digga? Da so eine Stimmung jetzt gerade während Lockdown? Digga, was mache ich in Frankfurt, Bruder? Wala, was mache ich hier, Digga? Digga, da so eine Stimmung gerade während Lockdown, Bruder! Das hat mich gerade verwirrt! Ich denke mir, krasses Video und so, wie krass der Sommer ist! Und ich denke mir, Bruder, die sind jetzt gerade da! Boah, Digga! Krass! Er hat irgendwas vor! Tadam! It's good! Very good! Tadam! 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 Willst du noch einen Schluck? Tadam! 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 Oh mein Gott, allein diese Limette neben diesem Brot hat mich geil gemacht. Guck mal Jungs, ich nehm Stein, Walla, ich nehm Stein, ich hab Walla gesagt. Los gehts. Aber wann? Irgendwie, hat er beim ersten? Das ist das Ding, Digga. Beim ersten? Dann hätte der Walla Psycho Trick fast geklappt, Digga. Steine, Steine, Papier. Yallah, raus. Ich hab keine Bock mit ihm zu schlafen, mit Baris. Ich nehm Widersteine. Allah, bitte. Nimm Papier, ich gönn dir. Ich nehm Widersteine. Nimm Papier, ich gönn dir. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ich werd's wieder nehmen. Ich werd die ganze Zeit stein nehmen, ich hab's euch gesagt. Ich wollt schon immer mal mit Can schlafen. Jungs, geht euch doch einfach eine Matratze kaufen, Digga. Schmuggelt die rein, abends, 3, 4 Uhr morgens schmuggelt die Matratze rein. Das ist dafür, die Sache ist geklärt. Und immer wenn die Leute kommen, die sauber machen, schmuggelt ihr die Matratze unter Bett oder in Kleiderstrank und schließt zum... macht so ein Schloss da dran mit so einer Kette und fertig. Einfach Matratze rein. Ihr müsst eigentlich die so düngen. Ihr könnt doch diese einklappbare Matratze nehmen. Wisst ihr welche ich meine? Die kann man dann so ausklappen. Was mach ich da mit meinen Händen gerade, Digga? Scheiße, was? Für was geb ich so viel Geld aus, dass ich nicht mal allein in dem Bett schlafen darf, Digga? Ja perfekt, Digga. Boah, Digga, warte mal. Ich hab so viel Geld aus, dass ich nicht mal allein in dem Bett schlafen darf, Digga. Digga, das sind Rückenhaare. Digga, das sind Rückenhaare. Digga, das sind Rückenhaare. Boah, Respekt, Bruder. Da kann man Dreadlocks draus machen. Cousin. Ja, so kremt man sich ein. Ja gut, Mexiko, dann zeigen wir mal was du drauf hast. Na, Baris, bist du am Wixen? Hallo? Was denn? Gib schon wieder was anzumerken? Ja. Dann geh ich hier schlafen. Ja gut, gute Nacht. Also willst du mir jetzt sagen, dass du um 22 Uhr schlafen gehen willst in Mexiko, wo unten die Partys auf uns warten? Richtig verstanden, ja? Bunun ijin mi geldi kon bir saata mina kodumun yerine. Baby, leider hab ich bündig no time. Ich weiß, ich bin die ganze Zeit offline. Guck gleich, wie hake der ist. Ich guck mal. Bruder, ich sag euch ehrlich, es kommt mir ganz Zeit so vor, als ob die alle besoffen wären, die ganze Zeit. Oh, da täusche ich mich da. Also mir kommt es ganz Zeit so vor, als ob die besoffen wären. Wunder, wo kam dieser Ton? Boah, was war das für'n Ton? Der war krass, der kam safe aus so'n Rücken. Safe. Und das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hallo Kornflex Boss Ich verfluche mich für diesen Tag Bruder ich kann das nicht sehen Digga Wer macht denn zuerst Milch rein und dann Kornflex Digga Man macht erstmal Kornflex rein und dann Milch Bruder Boah Digga Einzelnen Chat Einzelnen Chat wenn ihr so macht wie ich Erst Kornflex dann Milch Zwei in den Chat wenn ihr erst Milch rein macht Und da ein Kornflex Digga bitte meine Augen tun weh Hätten meine Mutter das gesehen Die hat den Schwitzkasten genommen Hast du gerade wirklich Erst die Milch und dann die Kellogs eingetan Ich hab was wildes vor Wir wollen einfach Can richtig krass hops nehmen Und ich will auf jeden Fall was wildes für Can Das ist echt gespannt Can wirds nicht gut gehen Was ist das? Wie? Mach das niemals shit Mach das niemals Tschett macht das nicht ihr wisst nicht was in den tabletten drin ist und so wenn ihr euch von irgendwo da wie agra besorgt macht das nicht wir sind hier gerade am jetski fahren wir sind hier gerade am jetski fahren wir sind hier gerade am jetzki fahren jetzki fahren beste Das ist wirklich gut. Ura, Erdgrad 6 Tequilas Vekon. Okay. Bam 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 bam. Okay, Erd nummer 2. Ich hab gedacht, F1, 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 F1. Das ist doch krank, Ura. 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 Ey, lass die Finger von Alkohol, Digga. Akku schwach. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Die haben sein Leben gefickt, Digga. Die haben sein Leben gefickt, Bruder. Die haben sein Leben gefickt, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. ach du scheiße die haben sein leben gefickt die haben sein leben gefickt auch dass sie den so aufgenommen haben kommen so aufnahmen ich mach noch eins für den nächsten tipp ich werde in der ersten tippen mich ist es märme nicht ich bin ich bin ich bin Warte, ich... Warte, ich... John! Ich weiß nicht, wie du bist. Oh, der Sabbat, warte. Warte, ich mach mir keine Angst, Bruder. Warte, mach mir keine Angst. Was ist denn passiert, Bruder? Ja, man sieht, dass John und so nicht getrunken hat. WTF, Bro? Warte, ich... Scheiße! Let's go up! Go up, Sam! Warte, ich... Wie geht's denn, Bruder? Ja, richtig. Das war ein wichtiger Kuss. Die Sonne hat Baris nicht so gut getan. Die hat einen kleinen Sonnenstich bekommen. Warte, ich... Warte, ich gleich habe mich selber. Nein, nein. Komm her. Wenn ihr wollt, dass Baris noch einen draufsetzen soll, dann gibt diesem Video einen Daumen hoch. Trink, 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 trink. So Leute, das war's dann mit der zweiten Folge. Wenn ihr wissen wollt, ob Baris überlebt hat und was danach noch passiert ist, dann gibt diesem Video einen Daumen hoch. Denn dann kommt nächsten Samstag um 12 Uhr die dritte Folge aus Mexiko online. Okay, tschüss! Die haben den gefickt, Digga. Digga, die haben den gefickt, Digga. Diesen Aufzug in Rollstuhl, wo er sich so angekotzt hat, das war so ekelhaft. Boah! Boah! Ich will das nochmal kurz sehen. Ist das passiert? Boah! WTF, Bro! Boah! 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 Aber guck mal bitte diesen einen Mann wieder den auslachen. Oh nein! Boah! 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 Guck mal, der, Digga. Haar! 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 War da der Arme, ja? Der Arme, Bruder. Ey, lass die Finger von Alkohol, Chat. War lustig! Aber lass trotzdem die Finger von Alkohol, ist echt nicht gut. ist echt nicht gut.